Die Dämonenfängerin Seelenraub von Jana Oliver Nachdem bei Riley Blackthorn so ziemlich das Chaos ausgebrochen ist, beruhigt sich im zweiten Band alles wieder ein wenig, bis Rileys Freund Simon plötzlich komplett austickt, bis Riley sehr viele Fehler macht und ja, irgendwann kommen dann auch noch die Dämonenjäger aus dem Vatikan und verkomplizieren das Ganze auch noch. Das war's ungefähr. Die Dämonenfängerin Seelenraub erscheint im September 2012 im Fischer Verlag, wird 352 Seiten haben und gebunden 16,99 Euro kotzen. Das Ganze ist der zweite Teil der Riley Blackthorn-Reihe. Der erste heißt Aller Anfang ist Hölle. Drei und vier, es ist noch nicht bekannt, wie die auf Deutsch heißen werden. Auf Englisch heißen die Forgiven und Foretold. Ich finde es auch hier wieder gut, dass man sich grob an das amerikanische Cover gehalten hat, denn das ist ja wirklich, wirklich gut. Ich finde es auch toll, was der Fischer Verlag hier macht, also dass man sich grob an das Schema des Covers hält, aber kleine Details verändert. Zum Beispiel wurde dieses richtig strahlende, knallige Türkisblau, was das amerikanische Cover hat und mich ein bisschen gestört hat, hier durch einen dunkleren Blauton ersetzt, was ich einfach super finde. Ich finde es auch schön, dass es diese Aktion gab, oder immer noch gibt, glaube ich, dass man sich da irgendwie bewerben kann für das Cover, also dass man das Covergirl von Seelenraub werden kann, wenn man möchte. Ja, das alles gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde es allerdings ein bisschen seltsam, dass wir nicht einfach die gleiche Person genommen haben, wie beim ersten Cover. Aber ja, das stört mich jetzt auch nicht so. Was den Titel angeht, naja, also die Umsetzung vom US-Titel, obwohl der UK-Titel, Forbidden, hier besser passt eigentlich. Also, Forbidden ist einer der Titel, die einfach am besten passen, weil es einfach verboten sein sollte, was Rally hier abzieht. Aber gut. Warum? Warum? Ja, also. Rally geht mir in diesem Buch so auf die Nerven, das ist unglaublich. Sie verhält sich ganz plötzlich komplett anders als vorher. Sie, sie... Oh, ich fand Uri ja im ersten Band schon total nervig und blöd, aber Rally schmilzt ja offensichtlich dahin. Vielleicht lag es auch an den Sichtwechseln hier, weil man durch Becks Sicht auch Einblick in Ori's Handeln hatte, den man so von Rally jetzt aus nicht gehabt hätte. Aber trotzdem war es eigentlich offensichtlich, was er die ganze Zeit plant. Und Rally fällt da einfach mal drauf rein. Ich finde es halt schwierig, einen Charakter zu schaffen, der willensstark ist. Und das ist Rally ja im ersten Teil total. Aber sich trotzdem dermaßen an der Nase herumführen lässt. Das kann einfach nicht authentisch werden. Und das hat Jenna Oliver hier auch nicht geschafft, dass das authentisch wirkt. Rally wirkt wie eine ganz andere Person. Als ob man sie ausgetauscht hätte und jetzt plötzlich jemand anders da ist. Und ja, das Gleiche passiert mit Simon, der vorher ja total liebenswürdig und total lieb und nett und so total... Und jetzt ist es eine andere Person. Er ist einfach total böse. Wirklich, durch und durch. Ich meine, klar, die Hölle hat ihn natürlich verführt und er ist ja auch eigentlich ein so guter Mensch. Und nein, einfach nicht. Die Menschen selbst sind in diesem Buch auch irgendwie nie für ihr Handeln selbst verantwortlich. Immer dreht Jenna Oliver das so, dass entweder von oben oder von unten irgendeine Beeinflussung kam. Also von Himmel oder Hölle und die Menschen deshalb kaum eine Wahl hatten. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich Atheistin wäre, hätte ich das Buch direkt gegen die Wand gepfeffert. Aber so hat mich es doch gestört, wie hier mit Glauben und Gott und Lucifer und diesen ganzen Begriffen wieder damit umgegangen ist. Ich meine, im ersten Teil hat mich das ja schon gestört, aber im zweiten war es einfach extrem nervig und ich habe die Krise gekriegt. Ja, auch hat mich total gestört, was hier mit Rallys Vater gemacht worden ist. Denn er war so total charakterlos und rückgratlos und einfach total zweidimensional. Denn er hat immer nur traurig geguckt oder er hat ihr gesagt, oh, ich liebe dich ja so sehr, mein Kind, ich tue alles für dich. Oder er ist mit irgendwelchen Leuten einfach mitgegangen, ohne irgendeine Erklärung abzugeben. Und ich fand das einfach total bescheuert. So benimmt sich ein Vater einfach nicht. Das ist nicht normal. Es ist nicht normal. Man hat auch eine Meinung. Ich meine, okay, man kann natürlich jetzt sagen, er ist von den Toten wiederbelebt worden und er ist deshalb so. Aber trotzdem hat mich das total gestört. Nichtsdestotrotz hatte das Buch auch seine guten Seiten. Wie schon mit eins war es total spannend und stellenweise auch wirklich actionreich. Die Charaktere waren wieder mal super, besonders natürlich Beck. Und hätte Rally nicht das getan, was sie hier getan hat, dann wäre sogar sie mir noch sympathisch gewesen. Aber was sie hier abgezogen hat, war einfach... Kopfschuss. Kopfschuss. Einfach Kopfschuss. Hey. Dieser zweite Teil war leider nicht gerade das, was man eine gelungene Fortsetzung nennen kann. Trotzdem habe ich den dritten schon gelesen, weil ich doch noch Hoffnung hatte. Und der dritte ist auch deutlich besser als der zweite, aber mehr dazu gibt es dann in der Rezension zum dritten Teil, falls die irgendwann noch kommen sollte. Und das Buch bekommt von mir trotz der vielen Marke noch drei Herzen, weil ich heute spendabel bin. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.